Hallo, das kommt zum dritten Töhrchen. Letztes Mal war in den Überraschungsei dieser Hai drin, um hier an der Flosse runter drücken und dann, weiss man eigentlich, so, drei Fragestachen, ähm, wir lösen, das gleiche wie immer mit der Timelapse-Kette, ja. Schon wieder fertig, ähm, meine Überlegung war, drei Dinge, man musste hier heraussuchen, was nicht zum Skiorlaub gehört, bei diesem Kofferpacken, und, ich würde sagen, es waren drei Dinge, das wäre also die Nummer drei, und, ähm, ich glaube, das stimmt auch. Jetzt wäre dann hier, dieser Hut, Zylinder, und dann schauen wir mal, hier ist er, hier ist ein Zylinder, so, ja, das ist mal das Richtige, das ist drin, und, ähm, so sieht das aus. Das ist quasi ein... Holte... Aha... Ach, eine Feder hat sie auch gemacht hier. Das muss quasi... Ähm... Hier rein... So... Und du musst dann gespannt werden, bis... Bis hier rein... Bis hier rein... Okay... Hier hinten die Feder... Da kommen halt Sachen, ähm, an die Feder... Das hebt dann... Das hebt dann... Das hebt... Also man könnte jetzt quasi hier so ein... Ding hier dran hinken, bitte locker gehen. Sehr cool... Sieht man hier nochmal... Ja... Gut... Damit ich sagen... Dann machen wir noch... Den... Schokoladen auf... So... Das dritte Törechen... Ist hier unten... So... Sag ich dann auch wieder, was morgen drin war... Also sag ich morgen, was hier drin war... Ich würde mich immer verabschieden... Wenn es auch verlassen hat... Dann lass mal einen Dauna... Komm da... Schreibt mir jetzt, kommt da... Aber nicht vergessen... Bis bald... Tschüss... Tschüss...